Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer 30 Mann Challenge bei Royal Rumble. Es war gerade Halbzeit, ich habe mir 15 Minuten gegönnt, wie beim guten Fußballspiel. Und wir haben mit dem guten Shizui Ushie, Maduro Ushie und Obito Ushie gekämpft. Die Ushies hauen uns ordentlich rein, egal wer Wegsteht, sie werden mit ihrem Auge. Also alles zerfetzen mit ihrem Rinnegan, mit ihren zwei Scheregans. Ja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Ja, wie gesagt, ich nehme jetzt gerade hinterher auf, gleich hintereinander. Und bin mal gespannt, wie diese zwei Parts euch gefallen. Ich hoffe wirklich gut. Und ja, wie gesagt, wir werden es mal sehen, wir werden es sehen. So, jetzt kommt wieder Team Obito und beide Spieler können nicht blocken. Okay, alles klar, also fertig. Ossie Maus hat sich fertig geblockt. Bäm, 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 zack, zack, noch mal. Jetzt, oh, Kakashi nervt mich nicht. Nicht. Haha. Jetzt kommt so Obito gegen Uschi, aha, sagt jetzt, komm mal. Jetzt geht nochmal. Kleiner Scheiße, hallo. Der war mitte drin und der hat es nicht abbekommen. Das ist schon ein kleiner Fail hier. Jo, ist gut, mein Freund, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Alter, jetzt drehen's halt alle hier durch. So, jetzt kommen wir ja, mein Freund. Jetzt wirst du auseinandergenommen. Du willst, machst jetzt hier nicht dein Ultimate Jutsu. Ich glaub, spinnst hier. Boah, ich lass ihm gerade keine Chancen mehr. Jo, jetzt hat er nochmal kurz mit dem Charme gemacht. Aber ich hab ihn dann hinterrückt, gefickt. Gefickt. So, nur B-Rang, hallo. So, ich finde, ich war besser. Ich war eine Glatter 1 plus. So, jetzt haben wir nur noch 14 Gegner und dann haben wir es endlich geschafft. Die 30... Ninja-Teams gekippt. Ja, ja. Dem, die, dem, die, dem, die, dem, die, dem, die, dem, die, 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 die. Ah, zonate. So. Den, beide Spieler nehmen etwas schon trotz Block. Okay, alles klar. So, Madara und Robbytop, wir machen den. Und die fertig. Ja, fliegt halt in mein Feuer rein. Das wechsel ich mal mit dazu. Dings, Madara würde ich noch mal sagen. alter ich hasse das wenn die so alter sobald ich irgendwie wechselt bin ich irgendwie draußen aber ich will halt euch ein bisschen abwechseln geben bei den leuten und nicht immer die ganze zeit gleich nehmen ich hoffe ich verstehe das dass ich dann ja ich war jetzt auf die ganze zeit so aber das wird auch nicht leichter alles das ist das muss ich höre und das sah geil aus es komme ich hau dich mit meiner fliege kaccia baaain ha 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 ordentlich gefickt wow alter 6 gewiss geht die rolle du nervst mich hat kein dings gegeben kein einzigen platz ich habe schon gedacht jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger aber schon okay schön okay wir wissen ja wie man darauf reagiert einfach gechillt den erwachen modus gehen und alles ist gut alles wird gefickt tabu sah haku das mädchen oder der junge ich glaube im japanischen was mädchen und im deutschen was für mich sagt er haku maus wie so ein mädchen hier hier frisst mein schwert hallo ich wollte hin jumpen nicht noch voll packen voll in sein fes jetzt hatte ich mich alter läuft halt einfach mal dadurch so als wir es nix wir schlagen so ein bisschen luft schlagen ich zeig dir meine machen so nett und jetzt also jetzt haben die noch mal ordentlich zugelegt hier dass man auch immer so fairerweise sagen ich hasse das auch wenn ich keinen chack alter macht noch mal doch so jetzt reicht es mir mein freund bist du fertig gemacht so manometer es haben geschafft das ist sehr gut und jetzt haben wir wieder ordentlich 18 siegeserien weil kommen wir auf die 20 es wird schwieriger es wird schwieriger ich stelle mich nur irgendwie blöd an ich weiß es nicht ich weiß nicht ich wäre wenn es mir in die kommentare schreibt oder auch nicht hoffentlich schreibt mir doch mal in die kommentare mit zu kage der zweite und kasse kage glaube ich ist das andere ich will doch nicht immer ich will doch nicht immer komm doch mal hier und chill mal deine basement freund hier mitgetroffen schnips gesucht das ist gut ich hast du spanner du triffst mich hier nicht mein freundchen hier was jetzt schon mehr schaden gemacht mir als ich will ja jetzt pack mich halt das ist doch eigentlich jetzt böse ja eigentlich wollte ich team youth so reinhauen immer aber ist auch ok ich glaube aber trotzdem an ich habe es geschafft ich habe den besten ja ich hoffe ich rede euch nicht hier zu wenig auch in den zwei parts aber ich will es halt echt unbedingt schaffen jetzt diese 30 so weit war ich noch nie ich glaube wenn wir jetzt die 20 erreicht oder was das kann das ist jetzt mal ein bisschen relaxen so es war sehr gut dankeschön fände ich auch dass wir es verdient und immer noch nicht voll ach jetzt kommen wir auf die 20 zu also noch elf stück haben wir getan haben es geschafft ich würde so kotzen wenn wir im letzten ding so abkacken würden da würde ich echt mega kotzen ich glaube ich bin schneller als beim letzten mal die kleine schwelle die torpedia und jetzt bist du in der luft und jetzt habe ich dich da rolle kein charakter mein freund das ist nämlich charakter die brauchen nämlich chakra aber ohne chakra haben sie nix bleibt doch mal hier bei mir ich bin doch ein bisschen nähe haben zu dir aber ich hab's ja trotzdem so komm her, geh rein also du gehst mir auf den schwelle dann sag ich hasse bleib hier bleib hier warum hat der jetzt fast getroffen fast ja ist gut aber warte dann habe ich gerade echt glück jetzt nimmt doch endlich mal so manchmal wollen wir einfach nicht verrecken so ist ja ich fand das auch gut gemacht so endlich haben wir jetzt haben wir jetzt mal ein komplett volles leben zu den nächsten zehn submarines panda die ddd die ddd so geiles wetter nach dem park gehe ich jetzt glaube ich dann mal einer runter haus widersion spazierende in die natur die natur genießen schiller mille machen ein gefall verdoppelt wie schlecht mein specht bämm bämm alter so färb schaden mache habe ich dir nicht gemacht freundchen hier komm her komm doch her willst du was kriegst du was wenn mich jetzt damit trifft wäre es mein ende gewesen aber richtig dann wäre ich echt gefickt gewesen von ihm aber wir haben mit bärern geschafft aber ich glaube das müsste alles auffüllen bei uns ja sehr gut 21 der sieger drückt mir alle daumen meine freund ich brauche alle eure kräfte alle eure kraft brauche ich um einfach jetzt durch zu starten ich wechsle auch jetzt großartig nicht mehr den charakter ich hoffe das ok ist ja weil ich gerade so drin mit schissu bin jetzt kämpfer gegen samurai schwert gegen schwert so angriff vorgottet schon wieder meine freunde steigt das spiel nämlich ficken alter hat das ist aus und übelst kranke kranke gegen gleich der fickt einen voll los wo ja jetzt opfer der sich noch für den ich haß das wenn sie doppelt so stark das ist echt Also einfach nur. Oh, ich hab gedacht, dass ich hätten... Tut mir leid, dass ich... Nein! Nein, wir haben es nicht geschafft. 21 Siegeserie. Scheiße, Leute. Einfach nur kack. Oh, Mann. Ey, das mit diesen... Hetzt nochmal, wenn das nicht mit diesen doppelten... Ey, das haut so rein und ich schwör's euch. Puh. Ja, auf jeden Fall. Wir haben die Challenge leider nicht geschafft. Aber ich hoffe, euch hat trotzdem... Ja, euch das ein bisschen amüsiert. Die zwei Parts. Erstmal mal was anderes. So ein bisschen Abwechslung von der... Story. Auf jeden Fall in den nächsten Parts werden wieder die Story weitergehen. Und... Ja... Wie gesagt... Wenn euch diese Challenge gefallen hat, gebt mir doch auf beiden Videos einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine Naruto Storm Parts mehr verpassen wollt, gebt mir einen Daumen nach oben. Äh... Wenn man sich nicht mal schreibt oder so, oder wenn ihr meine Videos nicht mal anguckt, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Haut rein, meine Freunde.